Chaitanya auf dem Weg nach Puri Chaitanya Bhagavata Shesha Kanta 2 Gauranga aber schreitet in der Richtung nach Puri, in freudigem Spiel, und mit ihm Nityananda, Gadathara, Mukunda, Govinda, Jagat Ananda, Brahmananda Fußnote 464 Zum Unterschied von Chaitanya Chantodayam 5 werden hier im Chaitanya Bhagavata auch Brahmananda und Govinda als Begleiter Chaitanyas auf diesem Wege genannt. Es handelt sich nicht um Chaitanyas vertrauten Diener Govinda, der erst in Puri nach der Rückkehr Chaitanyas von seiner Pilgerfahrt nach Süden zum ersten Mal auftritt. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 10.127-130 Da unterwirft er sie alle einer Prüfung und fragt, sagt, wer hat etwas für den Lebensunterhalt auf der Reise mitgenommen? Und sie antworten, Herr, hat ohne deine Anordnung irgendjemand die Kraft, etwas mitzunehmen? Und als er es hört, ist der Herr sehr zufrieden und sagt, dass keiner von euch auch nicht das Geringste mitgenommen hat, das macht mich sehr froh. Das, was einem aufgrund seines Tuns in der Vergangenheit zusteht, das erhält einer ganz sicher und sicherlich auch im Walde. Wenn Gott es bestimmt hat, dass einer fasten muss, so muss er eben fasten, auch wenn er ein Königssohn ist. Und selbst wenn alles da ist und zum Essen bereit, da entsteht plötzlich ein Streit und der Betreffende sagt im Ärger. Heute esse ich nicht, oder aber alles ist da, doch plötzlich bekommt einer Fieber und kann einfach nicht essen. Gottes Willen war es, dass er fastet. So unterwies Gott, der Herr selbst, die Welt. Wer es in Glaubensgewissheit bejaht, der wird freudig. Am Ufer der Ganga kommt Prabhu nach Chandraboga, wo sich die Ganga in hundert Arme teilt. Ramachandra Khan war ein reicher Mann. Das Dorf Chandraboga war sein Eigentum. Obwohl er in Luxus lebte, hatte er großes Glück und war gesegnet. Wie sollte er sonst Gelegenheit haben, Prabhu sehen zu dürfen? Als er Prabhus Kraftausstrahlung wahrnahm, erfüllte ihn Erfurcht. Er sprang von der Schaukel auf, auf der er ruhte und warf sich ihm zu Füßen. Doch Prabhu hatte kein Bewusstsein der Außenwelt. In Tränen des Prima-Glücks rief er, O Jagannath! O Jagannath! Mit tiefer Stimme und stürzte auf die Erde und weinte heftig. Die innere Qual des Prabhu zu sehen, zerriss Ramachandras Herz. Er sah, dass diese innere Qual sich nicht beruhigte. Es war ein Weinen, wie es nie in den drei Welten vorkam. Als der Herr von Vaikuntha etwas beruhigt ist, fragt er, Wer bist du? Und Ramachandra Khan fällt ihm abermals zu Füßen und sagt verwert mit gefaltenen Händen, Prabhu, ich bin der Diener, der Diener, deiner Diener. Da sagten die Leute, er ist hier der Oberste des Ortes. Prabhu, gut, morgen werde ich nach Nilachala gehen. Doch beim bloßen Aussprechen des Wortes Nilachala Chandra, in Klammer Mond, von Nilachala, ist gleich Krishna, fällt er in Anandatränen, weinend zu Boden. Ramachandra Khan sagt, Ich werde alles besorgen, doch es ist eine schreckliche Zeit. Man kann auf keiner Straße nach Nilachala sicher sein. Die Herrscher haben an vielen Orten drei zackige Eisen in die Erde gebohrt, welcher der Wandernde nicht sehen kann. Und wenn er in die Eisen gerät, kann er sich nicht rühren und geht zugrunde. Und welchen Weg man auch einschlägt und wenn man sich auch verbirgt, überall lauert Gefahr. Und mein Einfluss ist sehr beschränkt und wenig kann ich tun, doch was ich vermag, will ich sicherlich tun. Jetzt bitte ich dich, wenn du mich als deinen Diener betrachtest, iss mit den Deinen. Ich will weder den Verlust von Kaste, Leben oder Besitz scheuen und dich noch heute Nacht von hier fortschicken. Fußnote 465 Das heißt, gegen den Befehl des muhammedanischen Königs hilft ihm Ramachandra Khan, seinen Weg fortzusetzen. Da lacht der Herr von Vaikuntha, freut sich und schenkt ihm seinen heilsverheißenden Blick, der sofort alle Bindungen des Ramachandra Khan vernichtet. Und der goldene Hari bleibt mit den Seinen im Haus dieses Brahmanen, dessen gute Anlagen, die aus früheren Geburten stammen, nun Frucht tragen. Mit ungeteiltem Bhakti-Yoga kocht der Brahmane sorgfältigst. Doch Prabhu ist versunken in sich selbst und hat keinen Blick für andere Dinge. Er selbst weiß sich als Jagannath und im nächsten Augenblick ist er als Radha, die von Jagannath getrennt ist, wieder in einer inneren Verzweiflung, die alle mit sich nimmt. Wenn er einem Jiva nicht den Blickstrahl seiner Gnade schenkt, hat dieser nicht die Kraft, ihn zu verstehen. Prabhu sitzt mit Nityananda und den anderen, die ihm lieb sind, zum Essen nieder, isst ein klein wenig und schon steht der goldene Hari wieder auf und brüllt Humkara und während er sich wäscht, ruft er mit tiefer Stimme Wie weit ist es bis zu Jagannath? Da fing Mukunda mit Kirtan an und der goldene Herr von Vaikuntha fängt an zu tanzen. Wie reich an gutem Glück waren die Bewohner von Chandraboga, dass sie alle den Spieler von Vaikuntha tanzen sehen dürfen. Tränen zittern, brüllen, Herrchen sträuben, erstarren, Schweiß. Wer versteht das? Tränen des Bremer fließen aus seinem wunderbaren Augen wie die Ganga am Ende der Regenzeit. Der Chaitanya Chandra als Avatar besteht ganz aus Bremer. Außer ihm hat niemand ein solches Maß an Shakti. So ging die Nacht bis zur sechsten Stunde dahin. Dann erst beruhigte er sich. Doch waren diese sechs Stunden für alle wie ein Augenblick. Es war Chaitanyas Gnade, dass sie es als so kurze Zeit erlebten. Dann kam Ramachandra Khan und teilte Prabhu mit, dass das Boot gekommen sei und sofort eilt Gaurasundara mit Hari rufen und steigt in das Boot. Zum Abschied schenkt er allen Blicke, die heil verheißen und so ging Prabhu fort nach Nila Chala, seinem eigenen Wohnort. Auf seinen Wunsch tat Mukunda Kirtan, als das Boot losfuhr. Doch der blöde Bootsmann sagte, es ist zweifelhaft, ob man heute am Leben bleibt. Am Ufer ergreifen einen die Tiger und schleppen einen fort. Und wenn man ins Wasser fällt, fressen einen die Krokodile. Hier in diesen Wassern halten sich Räuber auf, die einen sowohl Besitz wie auch Leben rauben. Also, ehe wir nicht im Lande Orissa ankommen, bitte ich euch alle, seid stumm. Da bleiben alle still. Der Prabhu aber treibt im Ozean der Fluten des Prima. Plötzlich steht er auf, brüllt und sagt, vor wem fürchtet ihr euch? Da ist das Sudarshan Chakra, in Klammer, das tausend speichelige Rat, der reinen Erkenntnis, eine der Waffen Vishnus. Es ist überall, wo die Vaishnavas sind und vernichtet alle Widerstände, sorgt euch nicht, tut Krishna Sankirtan, seht ihr denn nicht, da, das Sudarshan Chakra, es schwirrt dort und in Ananda tun Sikirtan. Und so benützte Mahaprabhu diese Gelegenheit, um zu lehren, dass das Sudarshan ununterbrochen die Bhaktas schützt. Jeder Sünder, der gegen die Vaishnavas Gewalt übt, der verbrennt im Feuer des Sudarshan zu Asche. Und so kommt Mahaprabhu im Rasa des Sankirtan nach Orissa, das Boot legt am Brajak Ghaz an, er steigt ans Land. Der Herr Vaikuntas geht selbst von Haus zu Haus und bettelt als Sanyasi und segnet dadurch die Jeevas und mit dem, was er gesammelt hat, kommt er freudig zu den Bhaktas zurück und sie lachen alle, als sie die Menge sehen und sagen, Prabhu weiß uns zu ernähren. Jagat Ananda macht sich zufrieden ans Kochen und sie alle essen. Die ganze Nacht verbringen sie mit Sankirtan. Beim Morgengrauen bricht Mahaprabhu auf. Da kommen sie auf dem Wege zu einer Zoll Einnehmer Stelle. Der Bösewicht von Zöllner will niemanden ohne Zoll durchlassen. Er wundert sich, als er den Machtglanz des Herrn sieht und fragt ihn, wie viele sind deine Leute? Prabhu sagt, ich habe niemanden in dieser Welt und ich gehöre niemanden. Ich bin der eine, nicht zwei und alle sind mein. Und während er sagt, strömen Tränen aus seinen Augen. Der Zolleinnehmer sagt, Goswami, setze deinen Weg fort, die anderen aber werde ich ziehen lassen, nachdem sie ihren Zoll bezahlt haben. Fußnote 466 Goswami, Herr der Sinne, zur damaligen Zeit auch eine Bezeichnung für Gott. Prabhu ruft Govinda und setzt seinen Weg fort. Abseits nicht weit von ihnen setzt er sich hin. Er ließ sie alle allein und ging fort. Freude und Niedergeschlagenheit zugleich erfasste die Baktas. Sie sehen, wie er sein Spiel tut, ohne sich um jemanden zu kümmern und das macht sie alle lachen. Doch erfasste sie Niedergeschlagenheit beim Gedanken, dass er alleine gehe und sie wirklich zurücklasse. Doch Nityananda ermutigte sie und sagte, Sorgt euch nicht, uns verlassen, allein fortgehen Nein, das tut der Goswami nicht. Der Zöllner sagt, ihr seid doch keine Sannyasis, gebt mir den Zoll, der mir gebührt. In der Nähe saß Prabhu abseits von seinen Begleitern, das Haupt gesenkt und weint, weint so laut, dass es Steine und Holz zum Weichwerden bringt und der Zöllner hört es und wundert sich, das kann doch kein Mensch sein, solche Ströme kann kein Mensch vergießen und er sagt höflich zu seinen Begleitern, wessen Leute seid ihr? Und sie sagen, wir alle gehören zu ihm, er heißt Krishna Chaitanya, alle Leute kennen seinen Namen, wir sind seine Diener und sie weinen. Als der Zöllner den Prima Aller sah, da füllten sich seine Augen mit Tränen und er fällt Prabhu zu Füßen und sagt, es ist die Frucht von Millionen Leben, dass ich dich heute sehen durfte, O Ozean des Erbarmens, vergib mein Vergehen und gehe mit den Deinen sofort nach Nilachala. Prabhu schenkt ihm seinen Gnadenblick. Auf dem Weg nach Nilachala erhalten alle seinen heils verheißenden Blick. Im Glück des Bremer zu sich selbst weiß Prabhu nichts vom Wege. Tag und Nacht ist er überwältigt vom Tränke des Bremer Rasa. Schließlich kommt er zum Suvarnareka Fluss, badet, heiligt die Suvarnareka, indem er sie überkreuzt. Er und die Bhaktas eilen dahin. Nityananda bleibt etwas zurück, da wartet er auf Nityananda, irgendwo niedersitzend. Nityananda ist ganz in Chaitanyas Wesen versunken, brüllt, weint, lacht laut, donnert, schwimmt mitten im Fluss. Bald ist sein Leib wieder voller Staub. Er stürzt hin, tanzt, redet vor sich hin. Es ist nicht erstaunlich, ist Nityananda doch Ananta selbst. An irgendeinem Ort geschah es, dass Chagat Ananda sich aufmachte, um Reis zu erbetteln. Und er gab Chaitanyas Mönchs Stab, den er trug dem Nityananda und sagte, Bewahre den Stab des Herrn sorgfältig. Fusnode 467 In Diamats Ausgabe nicht Chagat Ananda sondern Gadathara Bewahre den Stab des Herrn sorgfältig. Ich gehe zum Betteln und komme gleich wieder. Nityananda saß nieder, mit dem Stab in der Hand, im Inneren überwältigt. Er lacht und spricht im Spiele Delila mit dem Stock und sagt, O du Stab, es geziemt sich nicht, dass der dich trägt, den ich immer in meinen Herzen trage. Und der starke Balarama brach den Stock in drei Stücke. Des Herren Absicht kennt niemand, außer dem Herrn selbst. Wie soll ich wissen, warum er den Stab zerbrach? Nityananda kennt Gorajandras Herz und dieser kennt das Herz des Nityananda. In jedem Weltalter sind sie Brüder, Rama und Lakshmana. Um verständlich zu machen, was Bhakti ist, ist das eine Absolute in zwei Hälften. Da kam Jagat Ananda. Fußnote 468 In der Marzausgabe nicht Jagat Ananda, sondern Gadatara. Da kam Jagat Ananda vom Bettelgang zurück und sieht den Stab in drei Stücke zerbrochen und ist verwundert und fragt Nityananda, wer den Stab zerbrach. Nityananda sagt, er, dem er gehört. Prabhu selbst zerbrach seinen eigenen Stab und kann jemand außer ihm selbst seinen Stab zerbrechen? Jagat Ananda antwortet nicht und geht mit den drei Stücken in der Hand dorthin, wo er sitzt und Jagat Ananda warf die drei Stücke so hin, dass er sie sah. Prabhu fragte, sag, wie kommt es, dass der Stab zerbrach? Hast du etwa auf dem Weg mit jemandem Streit gehabt? Da sagte Jagat Ananda, dass Nityananda den Stab zerbrochen habe. Da fragte Prabhu den Nityananda, sag an, warum hast du den Stab zerbrochen? Nityananda, ich zerbrach den Bambus. Wenn du das nicht verzeihen kannst, dann bestrafe mich. Prabhu sehr gut, in dem Stab des Mönchs sind alle Devas gegenwärtig und nach deiner Meinung ist das ein bloßer Bambusstock. Gaurahari tat, als ob er sehr zornig wäre und sagte, mein einziges Besitztum war der Stab und der ist nun auch noch durch Krishnas Willen zerbrochen. Nun ist überhaupt niemand mehr mit mir. Entweder ihr geht voraus oder ich, Mukunda sagt, geh du voraus, wir werden folgen. Gaurasundara sagt, gut, gut, und geht wie ein trunkener Löwe voraus, so schnell, dass man es kaum sehen kann. Schnell kam er in Chaleshwara an und ging zum Anblick des Chaleshwara Shiva, als die Brahmanen gerade mit Lichterwehen, Musikinstrumenten und Gesang im Tempel den Kult verrichteten. Bei diesem Anblick verging Prabhus Zorn. Als er die Größe seines geliebten Shiva sah, tanzte er in großem Ananda ohne Bewusstsein der Außenwelt. Gauracandra gab dadurch die Würde Shiva zu verstehen, denn sein Bhakta Shiva ist ihm sehr teuer. Da sind die Diener Shiva die Tempelpriester sehr verwundert und sagen, das ist sicherlich Shiva selbst. Die Bhaktas kommen alle an und Mukunda und die anderen singen. Und Prabhu freut sich, als er die ihm teuren sah. Und er nahm den Nityananda in sein Arme und sagte ihm, du willst, dass ich mich verhülle und zerstörst meine Kennzeichen als Sannyasi. Doch wie soll ich dann mein Sannyasi sein bewahren? Du willst mich also zum Narren machen. Wenn du sofort fährst, wirst du mich noch ganz ruinieren. Denn das, zu dem du mich machst, das bin ich eben. Wahrlich, das werde ich allen und überall sagen. Als Nityananda hört, wie Bravo ihn lobt, senkt er sein Haupt in Scham. Dann kommt Bravo nach Kamalapura. Von da aus sah er die Fahne auf dem höchsten Kuppel des Tempels von Puri und geriet in den Ozean seines eigenen göttlichen Glücks. Unerhört ist sein Brüllen, Donnern, Zittern. Er schreitet voraus, nur nach der Fahne hin blickend, Strophen rezitierend. Nur eine halbe Strophe, die Bhagavan Gorachandra sagt, will ich mitteilen, hört aufmerksam zu. Über dem Tempelgebäude, mich anschauend, steht er mit lächelndem, schönen Gesicht, mit dem Lachen aufblühendem Lotosmund, er in Gestalt des Knaben Gopala. Krishna, seht, der Knabe Gopala steht auf der Spitze des Tempelgebäudes und nun, da mich sieht, lacht er. Fußnote 469 Chaitanya weiß sich als Radha, die Krishna nach langer Trennung endlich wiederfindet. Und diese Strophe wiederholte Prabhu immer wieder an diesem Tage. Auf das Rad, das Sudarshan Chakra, über der Kuppel des Tempels hinschauend, Strophen rezitierend, auf die Erde stürzend und sich von Neuem niederwerfend, kam er allmählich auf die Hauptstraße von Puri, ununterbrochen Prima offenbarend. Die Leute, die dank gute Anlagen aus früheren Leben das Glück hatten, Prabhu zu sehen, sagten, das ist doch ne reiner Selbst. In Klammer Chaitanya Chandridayam 6, mit sehnsüchtig ausgestreckter Kehle vollführt Chaitanya die Umwandlung des Tempels. Alle, oh, dieser Weg, der sich in Kürze zurücklegen lässt, unendlich tief und weit ist er für Bhagavan.